Wir brauchen ja hier noch eine Küche. Wir setzen, pass mal auf, bauen. Das baut ihr mir doch mal und da baut ihr mir auch ein großes Gefängnistürchen rein. Da sind wir jetzt erstmal die Bäume im Weg, ne? Das schlägt ja dann wieder der Bug zu, dann machen wir das mal da hin, damit es funktioniert. Wie kommt denn jetzt dieser Gefangene da in den Hof, wo ist denn der? War das der? Sag mal. Äh. Zack. Und zack. Und zack. Und zack. Wird irgendwo wieder getesert. Das ist natürlich mittelschwer. Hm. Wie ist denn das jetzt passiert? Okay, das geht's ja nicht mehr. Das ist lange gut. Gut. Wir machen das mal hier. Das... Schließen den Knast jetzt mal. Oh Mann. Wir brauchen noch hier. Jetzt wird's aber kritisch wachen. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Was ist denn hier? Mann, 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 Mann. Ja, ja, ja. Ah. Gott, hey. Das ist wieder geil, ne? Da sind Gefangene. Gibt's das? Hier, du Sack. Wieso? Kommen die da durch? Also, das verstehe ich jetzt nicht, ne? Ihr dürft gern. Sollte auch bearbeiten. Äh. Das ist jetzt bald mal hier gut. Also, man kriegt das halt so wenig raus, was der ausschlaggebende Grund war, ne? Wir müssen das anders da machen. Das geht so nicht. Wieso ist eigentlich dort keine Kamera drin? Mann, Mann, Mann. Ach, wir benötigen einen Arzt und schaffen nicht wirklich was hier, ne? Könnt ihr mal bitte gucken. Geh mal da hin. Ich darfst da auch mal hingehen. Das mit diesen Ärzten, das geht mir auch auf den Single. Die verrecken mir doch alle sonst. Mann. Komm mal nach, gucken da. Ja. Und du? Hier noch wer? Bestimmt hier unten. Ja. Bringst du den hin? Geh mal da gucken. Und so? Hier noch irgendwelche Leichen. Ja. Geh du doch mal da hin. Den Duschraum tun wir auch. Findern da. Und da. Nimm das mal weg. Ha, super. Hundis hat es auch erwischt Das war ja wieder Wir müssen das Ich muss das jetzt hier fertig kriegen Die brauchen eine Küche Wieso dürfen die denn da raus? Was soll das denn? Äh Geht schon wieder los, wo? Jetzt wird hier aber durchgegriffen Zack, wir fichern Mann So kann man natürlich unsere Gefangenen auch reduzieren, ne? Jetzt kommt ein Ausbruchsversuch, ja? Hier, das ist... Nee, gar nicht Soll das Tote? Ja Okay, Jungs, tut mir leid Aber wie sollen wir denn Wir schicken die jetzt hier hoch Wir brauchen ein Strom-Dings auch noch, ne? Wir machen das jetzt noch anders Wir setzen da einen Energieversorger hin Oh Mann Das ist ja wieder ein Ding, ne? Lampen Was wird denn jetzt hier schon wieder alles gefunden? Okay, das ist dann aber nicht mehr so Das ist ein Tunnel Und von wo? Das ist ja ein Tunnel Was wird denn jetzt mit einem Guckt euch die Schweine an. Jetzt bin ich mal gespannt, wo der... Also war das doch nicht... Wow. Okay, das war hier. Das gibt es doch nicht. Oh man. Das ist ja wirklich der Hammer, ne? Also Jungs, habt ihr gesehen? Ach, was geht denn hier noch? Aha. Wie schnell wurde denn das jetzt gebaut? Ihr Penner, ihr Elenden. Da durchstürzt mir aber auch nochmal den. Da gehst du mir hier 24 Stunden in Isolierung. So. Ist hier noch was? Ne. Also hier bauen die, die haben hier einen Tunnel, äh... Die tun arbeiten, die tun essen. Jetzt weiß ich auch, was wir hier nochmal machen wollten. Und das tun wir jetzt auch. Hm... Straßendor, oder? Da. Und... Da machen wir es hin. Und dann tun wir hier noch Zäune machen. Zäune machen. So. Hä? Wie es mal wieder durchs Salbe-Büro hier geht. Aber das mit diesen Informanten müssen wir mal gucken. Warum wurde jetzt eigentlich der Tunnel aufgedeckt? Nur durch die Hunde? Weiß gar nicht. Wie geht das eigentlich auch, äh... Wollen wir mal gucken. Hier mit den... Die Türen. Geht das mit denen auch? Ne, nein. Wohl! Ze necesita. Also muss da... eine Wache hin. Stationierung. Äh. Wieso kann ich denn da jetzt nicht stationieren. Hausw modelos? das wäre natürlich doof der macht jetzt das Tor auf aber sie fahren nicht warum wegen dem einen da ok wie war das eigentlich bei den Alphas da davor da ging das doch oder was wird denn da ausgeschmuggelt die Fangenen oder was so was tun sie eigentlich alle arbeiten warum also hier dieser Tunnel der kam von dort haben wir jetzt hier den Kraftwerk sein hier ok den machen wir jetzt so und zack ne machen wir hier noch äh mit Schalter hin und ab dafür hier lang das machen wir noch mal auf ah die putzen jetzt weiß ich was die machen die putzen ok das geht es natürlich so nicht ne das ist aufgeschmuggelt schnell nur in Gebäuden nein so da müssen wir das anders machen und zwar Stationierung nur für Personal jetzt kommt die da nicht mehr da rein und da müssen wir das wieder aufheben ja die putzkolonne kommt da durch stimmt die Bäume dürft ihr gern weg machen ne ne den sollt ihr aber nicht wegwerfen die tun wir ja benutzen ne zum bauen so ich sag den wir ja auch weg haben jetzt guckt mal wie viel Gefangene hier draußen rumritten das geht so nicht